so da sind wir schon wieder ihr seht ja neue tagesaufgabe füge gegnern schaden mit pistolen zu da ist man glaube ich eine ganz schnelle nummer diesmal einfach wie gesagt ist immer zu empfehlen bei so sachen in gruppenkeile weil da findet ihr schnell loot und wie ihr seht ich habe mir den skin gekauft video davor ist der shop so was ihr seht aber auch unten es fehlen nur noch drei zahlen und es fehlen nur noch drei abonnenten damit es nur noch zwei zahlen sind und ihr wisst ja ladebildschirmzeit like zeit kommentiert zeit wenn nur kein abonnent der sich aber trotzdem schon öfters helfen konnte las doch endlich dein abo da sei doch kein flush und für all die die wissen wollen wie unten was mit dem code genau abläuft wie gesagt guckt in der video beschreibung nach da habe ich ein extra video zu gemacht wo ich mich einmal vorstelle und genau erkläre wie ihr den code knacken könnt hat der skin frisch verliebt so wie gesagt gruppenkeile ist halt echt das einfachste doch der skin hat definitiv was ist natürlich blöd im wald mit dem skin aber egal weil er ist halt verdammt hell ich denke mal wir gehen noch direkt runter oder ich guck mal wo die zone hinkommt denn 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 gehen auch nicht viel runter von daher geht es eigentlich auf jeden fall pistolen mitholen im prinzip einen kill machen wenn er volles leben hat und das war es dann auch schon ganz entspannt dach schon mal gefällt mal gefällt mal gucken ob es mal oben so so warum ist denn hier noch eine wand dazwischen so dass dahin das direkt nehmen und soll ich nur eine pistole finden und krieg ich hier ein föhn eigentlich findet man ja immer das soll von daher mache ich mir da jetzt eigentlich nicht so einen großen kopf hier war doch irgendwo noch eine kiste oder nicht jetzt finde ich alles nur keine pistolen ach stimmt das haut hat ja einen keller ich vergaß auch keine pistole auch keine pistole jetzt sagt mich hier kommt der klassiker und jetzt ist hier nirgendwo eine pistole ja mit der kann man keinen schaden machen äh bbbb orientierung wir brauchen eine pistole dankeschön man muss nur ein bisschen jammern so und ich bin echt mal gespannt wer als nächstes den code knackt wie gesagt ihr könnt gerne gucken jan leerzeichen c punkt hat den code als letztes geknackt und ich habe auch jetzt im letzten livestream genau gezeigt dass der code noch aktiv ist weil ja jetzt irgendwie die ersten nachrichten kommen von wegen aber da sage ich ganz ehrlich dann haben sie Pech wer nicht will der hat schon wenn ich das faken würde würde das ja auch wenig Sinn machen weil ich will ja immer größer werden wenn dann einer anfängt zu faken ja wunderbar ich meine faker haben wir ja oft auf youtube genug aber das sind halt auch die 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 unterhaltung des videos machen nur wenn sie muss halt so laut sein nur wenn man halt ähm ich sag schon normalen content bringt dann bringt eigentlich das faken überhaupt nichts und deshalb haben wir der sache nicht glaubt der hat halt Pech gehabt und ist halt besser für die die sie auch glauben die kamen von da ja da werden ziemlich viele von hier jetzt kommen ich will das mal wirklich erst bauen kann wenn man da ist so gucken wir näher dass man mir entgegen kommt wird ich hab schon eingehört habe ich wieder meine eigenen schritte gehört oder was so wie gesagt einfach 200 schaden machen mit pistole ich denke aber das werden wir safe hinkriegen das sind halt die leichten tagesaufgaben von da ist eigentlich alles ganz entspannt er kriegt gar nichts mit er hat gar nichts mit gekriegt da haben wir schon die ersten 104 schaden hey lebt ihr noch? ja treff ich nicht die füße? komm schon er ist doch dahinter oder treffe ich nur den bau der wird eigentlich jetzt hier auf mich geschossen der wird eigentlich jetzt hier auf mich geschossen da musst du schon früher aufstehen da musst du schon früher aufstehen baut er sich hoch? ach wir haben schon die 200 man hör doch mal auf dich zu bewegen jetzt reicht es mir aber jetzt ist mal schluss mit lustig aber wie ihr gesehen haben ist es halt easy zu machen einfach die 200 200 schaden ach da ist er ja jetzt von allen seiten du bist klar ganz entspannt was ist denn hier mal einer? hat er dem Dings nur nachgeschossen? oder was? scheint so das war eigentlich voll die lost waffe ja ich weiß so wir werden jetzt gleich mal gucken ob das geht wenn wir die gruppenkeile direkt verlassen aber es muss eigentlich safe gehen und ist halt so stark am verziehen die waffe ich meine voll drauf ist alles schön gut aber wenn du dann noch ein bisschen nach eben muss dann haben wir hier noch ein Er versucht die Pistolen-Kills zu machen. Nicht einer, der trifft. Ich bin auf, ey. Ich bin da voll drauf. Ich bin da voll drauf. Scheiße, ich komm nicht da hoch. Wo ist er? Aber damit würde ich sagen, wir müssten es eigentlich schon erreichen. Logischerweise, wir haben jetzt einfach mal ein Match verlassen und gucken gerade mal, ob es gezählt hat, aber eigentlich muss es zählen. Und ihr wisst ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann jetzt. Ihr wisst ja, Ladebildschirm, liken, kommentieren und abonnieren. So, müsste es, glaube ich, gezählt haben. Ja. So, wie ihr gesehen habt, 200 Schaden machen, aus der Runde rausgehen. Feierabend, schon habt ihr es geschafft. In dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Code ausprobieren. Die, die noch nicht abonniert haben, gerne jetzt abonnieren. In dem Sinne, haut rein!